Was ist denn hier los? Wo bin ich? Hey, wo zum Teufel bin ich? In La Ionis. Jedenfalls dein Körper. Du bist ohnmächtig. Man könnte sagen, du träumst gerade. Aber für einen Traum wäre das hier zu real. So, und damit ihr wieder einmal herzlich willkommen zurück hier bei Shadow of Light. Ja, ihr wisst ja noch, wir haben das Problem, dass der Tarek leider gefallen ist, sozusagen, beziehungsweise kampfunfähig, also nicht in der Lage weiter zu kämpfen. Und deswegen, ja, also der Raser hat mir verraten, dass man wohl in eine der Hauptstädte ins Kloser gehen kann und sich da wohl dann komplett heilen kann. Ja, und von daher werden wir, bevor wir wieder in die Wildjagd-Steppe gehen, natürlich, erst in das Flüstungs-Syria gehen. Können wir sicherlich direkt umsehen. Unfassbar, ich habe Termin 1,2 verdammt nochmal. Ich habe direkt gesagt, das ist fest, 10 Stunden, wenn nicht Tage, da, wo ich die La Ionis über die Brücken zu verlassen. Die Leute sind wegen dem Fest der Marquis, all auf dem Weg nach La Ionis, das ist eine richtige Pilgerfahrt. Ich glaube nicht, dass hier ist es etwas hier, ja toll. Ich habe hier ein Passierschein. Nö, aber ich gehe trotzdem vorbei. Mann, Mann, ihr müsst doch... Es gibt doch nicht. Mann. Könnte ich ja doch nicht da umsonst teilen. Das ist nicht gut. Also, das Gold können wir auf jeden Fall nicht. Oh, scheiße, hier können wir rein. Will ich aber nicht. Ah, Gott. Warum kommt das gerade so? Fürstentum Wursland. Ist das nicht dasselbe wie vorhin? Okay, das ist seltsam. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nie rein kann. Ja, gut, mir auch nicht. Hauptsächlich, weil die vier Schöpferdrachen es in dieser Demo noch nicht erschaffen haben. Tja, scheiße, ne? Leonis vielleicht? Letzte Hoffnung? Stadt des Globes. Das hört sich schon mal ganz gut an. Und ich glaube fest daran, dass ich mich heilen kann. In dieser Stadt. Wow, wow. Oh, ein Marktplatz. Was ist denn hier los? Das Feste der Marquis. Äh, was für ein Ding? Während diesem Fest gibt der alte Markus seine Titel an einen würdigen Nachfolger ab. Wir scheinen passend zum Höhepunkt der Veranstaltung gekommen zu sein. Magus war doch der Titel für den alten Knacker, der den Orden anführt, oder? Nicht nur den Orden. Der Magus ist der Vorsitzende des Hohen Gerichts und hat ein großes Mitsprachrecht bei der Regierung der Fürstentümer. Äh. Er regiert das Reich der sechs Fürstentümer. Also ein wichtig Tor. Er tut nicht so, er ist wichtig. Aha, da kommt also der wichtige. Magus Farb, beziehungsweise hier nach Erz Magus Farb. Also so dumm bin ich nun auch wieder nicht. Söhne und Töchter des himmlischen Lichtes. Vor zweihundert Jahren wurde die Dunkelheit aus diesem Land vertrieben. Seitdem haben die Generationen für eine Generationen weise und mutige Menschen unser Vermächtnis weitergetragen und uns auf einen Weg des Friedens gebracht. Ich freue mich, dass ich nun ein neues Oberhaupt unseres Ordens vorstellen darf, welches unser Licht sicherlich weiter erstrahlen lassen wird. Ich übergebe mein Amt und die Zukunft des Ordens und der sechs Fürstentümer diesen jungen Mann. Erhebt euch, Magus Atzka. Ich danke euch, Erz Magus Farben, und jedem, der sein Vertrauen in mich setzt. Äh, der wir setzen, oder? Nicht setzen, äh. Ich nehme an, das Amt des Magus an und verspreche, den hohen Zielen des Lichtes zu dienen. Noch so ein wichtig Tor. Was denn? Kein Kommentar? Ich weiß nicht, ob ich Magus Atzka mag. Ah! Tarek? Na nö. Hm? Was ist denn hier los? Wo bin ich? Hey, wo zum Teufel bin ich? In La Ionis. Jedenfalls dein Körper. Du bist ohnmächtig. Man könnte sagen, du träumst gerade. Aber für einen Traum wäre das hier zu real. Ähm. Du bist in deinem eigenen Kopf. Okay, was auch immer. Deine Aura. Du bist der Kristall, der beim schwarzen Schwert aufgetaucht ist, oder? Falsch. Ich bin das schwarze Schwert. Was willst du von mir? Nichts. Du bist nur der Mann, in dem ich all meine Hoffnung und all meine Träume setze. Was für Träume? Der Traum vom Ende der Welt. Du bist verrückt. Diese Welt wird deinen Augen zersplittern, ohne dass sich etwas ändert. Licht und Schatten. Zwei Seiten derselben Medaille. Eine Krankheit greift um sich, eine Krankheit des Geistes. Du redest so, als wären wir noch im großen Krieg. Der Schatten ist vernichtet. Der große Krieg endet nicht. Ihr schwillt ab, bis ein neuer in Farb führt. Der bisher neuer in Farb führt. Du bist ein Schwert. Woher willst du das alles wissen? Ich bin mehr als nur ein Schwert. Egal wie die Schwarzwaffen versiegelt werden. Egal wie lange sie verschollen sind. Sie werden immer wieder gefunden werden. Das klingt nach Magie. Da bist du ja an der falschen Stelle. Frag Kyrill. Magie? Nein? Es ist die Machtgier der Menschen. Die Schwarzwaffen sind Macht. Denn wer Macht in seinen Händen hält, ist in der Lage, den Krieg neu zu entfachen. Und ihn zu beherrschen. Der Krieg ist vorbei. Du verstehst es nicht. Vor 200 Jahren. Vor 500 Jahren. Vor 1000 Jahren. Vor 5000 Jahren. Der Krieg wird seit Menschen gedenken. Und der wird niemals enden. Dann halte ich den Krieg auf. Dann verhindere ich halt, dass der Krieg neu entfacht wird. Ganz egal wie. Verhindern. Es hat bereits begonnen. Der Krieg beginnt von Neuem. Warte. Was war das in der Grotte mit Welt zerstören? Und wenn die Zeit gekommen ist, wirst du starke Gefährden brauchen. Suche im Landeswissens. Ich rede mit dir. Aber ja, nicht mit mir aufsichtig. Bald wirst du verstehen. Geh nur noch ein Stück weiter. Nur noch ein bisschen. Ja, hauptsache erst mal ein wenig zurückspringen. Er schreckt mich doch nicht so. Sagt der Richtige. Wieso sind wir in einem Kloster? Du bist von einfach umgekippt. Geht es dir wieder besser? Ja, ja. Haben wir etwas geträumt. Sag mal, weißt du, wo das Landeswissens sein soll? Landeswissens? Ich weiß, dass Suria das Reich des Wissens genannt wird. Ist das, was du meinst? Bin mir nicht sicher. Willst du da hin? Weiß auch nicht genau. Mal schauen. Gehen wir. Geht es dir wirklich gut? Ja doch, jetzt komm. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Weiß ich nicht. Leite meine Klinge, um die Rechenschaffenden zu beschützen. Ich muss sagen, die Muster sind schick. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und vor allem das Lichter, ne? Wie das durchschaut, dass das ist auch sehr schönes Detail. Auf jeden Fall. Aber ich liebe auch von den Details hier. Fangen an und ausbauen. Willkommen, müde Reisende. Wenn ihr wohl oder einwillig so sprecht mit den Ortsbrudern neben mir. Äh, Aufgabe. Und warum hängst du hier rum? Ich wurde auserwählt, die Lehren und Gebote des Orts zu verbreiten. Jedermann vermag hier zu lernen, im Sinne des Lichtes zu leben, damit die vor 200 Jahren vertriebene Dunkelheit niemals wiederkehrt. Ist ja spannend. Äh, nicht. So. Ach, Moment. Wir sind hier wieder. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja alles richtig gebracht, dass wir hier in die Stadt gekommen sind. Hallo, Unfallkommt der, was kann ich für mich tun? Äh, Aus- und Krankheit. Ah, okay. Hier kann man also wieder das Handy kommen. Okay, gut zu wissen. Sollte man dann aber vielleicht auch irgendwie einen Tipp geben oder so, wo man sich dann, äh, wiederbeleben kann. In welcher Stadt und so weiter, ne? Das wäre auch gar nicht so verkehrt gewesen. So, Aufgabe. Keine Ahnung, vielleicht wurde das kurz erwähnt oder so. Ich habe wieder die aufgepasst. Äh, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ähm. Die Tempel sind für jeden Bürger zugänglich. Wir verbreiten die Gebote des Orts, heilen die Menschen von Krankheiten und bieten ihnen einen, wenn auch dürftigen, Rastplatz zum Schlafen. Die Gebote des Orts verpflichten uns, jenen zu helfen, die Hilfe bedürfen. Wenn wir die Gebote missachten, würde der Schatten von vor 200 Jahren zurückkehren und die Menschheit würde auseinanderbrechen. Für uns ist dieses Kloster also eine heilige Aufgabe. Ah ja. Ich danke dem Licht für dieses Kloster, ohne die Heilkräfte der Ordensbrüder und Schwestern wäre ich längst an meine Krankheit erlegen. Viele in dieser Stadt hungern, aber sie können oder wollen die Hilfe des Runds nicht annehmen. Hm, oh, kann man nicht durch den Kamin durchkriegen, jetzt bin ich enttäuscht. Da fällt mir ein, ich brauche ein neues Schwert. Du hast doch das schwarze Schwert, reicht das nicht? Es ist, äh, beschädigt. Wenn ich damit kämpfe, kann es zerbrechen. Also hat es keine, wie soll ich sagen, Voodoo-Kräfte. Selbst mit Nachdenken kommst du auf nichts anderes als Voodoo-Kräfte. Ich war vorher bei Feen-Zauber. Okay, Voodoo-Kräfte ist tatsächlich besser, aber nein. Es hat weder Voodoo-Kräfte noch Feen-Zauber. Schade. Dabei hast du so lange gesucht. Passenderweise habe ich ein paar Münzen verdient, indem ich für einen, der Schrift oder einen alttäterischen Text übersetzt habe. Wer hat denn bitteschön alttäterische Texte? Weiß ich nicht. Söldner stellen, keine Fragen. Du hast, das hast du mir jedoch beigebracht. Hm, ja, schon gut reicht es für eine Waffe. Er wird nicht für zyrianische Schmiedekunst genügen, aber davon kannst du dir definitiv etwas leisten, das besser ist als ein Messer. Wo wir davon reden, ich wollte mal ein neues Besse, aber das kann warten. Äh, danke. Du bist aber erst Kirol und du nicht der Schlechteste. Das reicht mir schon. Das Zandelsbezirk war, glaube ich, in der Nähe des Kastellanplatzes. Schau einfach auf die Karte. Irgendwo werden dir schon eine Waffe auftreiben und dann können wir weiter. Von mir aus auch in dein Reich des Wissens. Zyria. Ein Schwert, das an eigenes Leben sitzt. Ich bin doch nicht so blöd, dem mein Leben anzuvertrauen. Damit werde ich nicht kämpfen. Finde Silberlinger, ja geil. Das wäre schon fast reich. Ihr gedenkt an die Offen der Fitzsinn ist. Ihr Tod war nicht umsonst. So, gibt es hier noch irgendwas? Nö. Schrift ist verblasst. Das kann ja nicht so wichtig sein, wenn man sich darum nicht kümmert, auch wenn es irgendwie in den Kloster steht. Ja gut, da haben wir jetzt so einiges, wo wir uns hier umsehen können, nicht wahr. Wo fangen wir nur an? Ich warte ja nur auf jemanden, alles klar. Was hier ledigt. Ja, ist ja schon recht groß, diese Stadt. Ich denke nicht, dass wir irgendwas zu bereden hätten. Ja, das stimmt sogar. Das ist hellliche Grün. Okay. Und sonst gibt es hier irgendwas? Okay, da ist nur eine Hecke, aber da kann man vorbei. Okay, aber da geht es ja nicht mehr weiter. Okay, da auch nicht, alles klar. Was ist denn jetzt passiert? Okay, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Gut, dann gehen wir da erstmal nicht lang, sondern hier. Ha! Echt! Achso, das ist ja eine Frau. Aha, echt erfassbar. Ich habe schon wieder Doppelschichten. Du solltest mal etwas Zeit für dich nehmen. Vielleicht können wir beide noch eine Geschichte, was zusammen ist. Na, ich glaube, ich bin dann einfach vor, wenn ich schlafen kann. Oh, Abfuhr. Tja, der hat gesessen, was? Äh, so. Willkommen am Schloss der Marquis. Willkommen am Schloss der Marquis. Soll ich denn schon ins Schloss der Marquis reingehen, frage ich mich? Naja, zumindest geht das. Halt, kein Zugang für normale Bürger. Ich bin ja zum Glücklich normal. Halt, kein Zugang. Ja, ja, na, hübsche, kommst du öfter her? Blöde Frage. Halt, kein Zugang für den Robat. Okay. Das nehme ich jetzt als Beleidigung. Das sind die erste Wahl einstuft. So, wie kann man denn noch lange Oogel-Kuh von der Compa? KW. Kommt schon, du blöder Vogel, ich muss zum Wachdienst. Entschuldigung, das dauert hier noch einen Moment. Ja, okay, ich verstehe. Mit Moment, wahrscheinlich kann man, dass man hier einen bestimmten, äh, bestimmtes Event, sogar einen bestimmten Träger auslösen muss. Können wir nicht einfach mal etwas essen? Aber Schatz, wir haben nicht mal Mittag. Wir sind aber schon den ganzen Tag unterwegs. Hättest du deinen Anzug nicht auf den Festivalkitzel rissen, hätten wir das Problem auch nicht. Wollt mal. Hm, das ist mir in Ruhe. Ich würde etwas allein sein. Hm, sehr seltsam dieser Typ. Ach, ihr Jungfold hüpft immer herum. Am liebsten würdet ihr an drei Punkten gleichzeitig sein. Bitte, was? Hm, Tarek, was hast du? Nichts, glaub ich. War das jetzt lieber auf den ersten Blitz? Oder, wie soll man das verstehen? Hey, Söldner, wir haben Arbeit, falls du welche suchst. Äh, wo geht's? Na, was für Arbeit? Gewöhnliche Kopfgeldaufgaben. Nichts Spannendes. Mal sehen. Gerade haben wir... Du hast noch keinen großen Namen, oder? Also etwas Leichtes. Hey, natürlich, ich hab mir schon einen Namen gemacht. Ich bin der Groß-Tarek, Meisterschaftenkämpfer und Schatzsucher. Also, etwas sehr Leichtes. Pft. Das dürfte auf dem Niveau des großen Tareks sein. Während des festen Marquis gab es Unruhen, ausgelöst von einem verwirrten Mann im höheren Alter aus Träpfel. Also ein senilen Irren. In meiner Position ist es nicht gelaufen, diese absolut korrekte Aussage zu schützen. Ich, äh, ist vermutlich eine der ansässigen Bauern im Goldährental. Es gibt, äh, keine Wachstation in den Kaff. Deswegen hat sich bis jetzt keiner darum gekümmert. Ihr müsst ihn also auf direkte Wege hierhin nach Laionis bringen. Ähm, ähm, was war das Wichtigste? Belohnung. Was geht als Belohnung? Naja, der Aufgabe entsprechend nicht sehr viel. Ich glaube, irgendwas, wo Mond 50 Silberlinge war. Das Moment, ich schau mal. Es sind 165. Äh, warum auch was Rundes. Ähm, was passiert mit ihm? Was machen die Wachen mit dem Opa? Vorwolltig stecken sie in, äh, zwei, drei Tage lang in eine Zelle und schicken die Priester rein, um ihn wieder auf die rechte Bahn zu lenken. Ähm, es ist nur ein verwirrter Alterband. Du wirst ihn nicht zum Galgen führen, wenn du Angst davor hast. Na dann. Alles klar, ich klappere mal die Gegend ab. Gut, Tarek. Nachname, ich trage dich ein. Tarek in Brasil, der große Söldner. Klar, ich trage dich ein. Okay, da war ein und neben Küsse also. Hm. 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 Na gut, dann überlegt mal weiter. Mein funkener Edelstein der stillen Wasser. Ich genieße jede Stunde, die ich in deinem Glanz baden darf. Warte mal. Böge unsere Liebe erblühen wie die Blumen dieses Landes. Ich genieße jeden... Mein funkener Edelstein der stillen Wasser. Ich genieße jede Stunde, die ich in deinem Glanz baden darf. So, so. Bei meinem, äh, bei meiner Demo meines Schulwegs, äh, da könnte der Raser kotzen, ja. Äh, und, äh, und, äh, haut hier einfach mal so ähnlich Dialog rein. Das ist natürlich, äh, äh, interessant. Hihi, du Charmeur. So. Ah, diese herrliche Allee. Das alle so aus den Häuschen sind. Grundbezieher, Kapitel Kurs und Viethoff, Leonis, Dom, Schloss, der Marquis. Genießt euren Aufenthalt in Leonis, die Stadt des Glaubens. Willkommen, willkommen. Hier gibt's die feinste Leckerei von Leonis. Was darf's denn sein? Lecker richten? Tut es schon mal. Was gibt's denn? Äh, füllt etwas Leben auf. 50, äh, äh, Alles Peanuts. Braucht kein Mensch. Verdammt, ich brauch doch ein neues Zauberbuch. Und genau jetzt hat die Verzauberin Probleme damit, welche zu schreiben. Ich denke, Markus Atska wird ein sehr guter Nachfolger von Erzmarcus Farben. Findet ihr nicht? Ja, das find ich nicht. So. Und das feste Markie war wunderbar. Ich hatte lange schon nicht mehr so viele Kunden gehabt. Es mag zwar eine friedliche Zeit des Lichts sein, aber das heißt nicht, dass jeder glücklich damit ist. Es ist die größte Stadt der sechs Fürstentümer. Passt auf, dass es euch nicht verlauft. Ja, ich wünsche, das habe ich schon. Tja. Jetzt weil ich mich ja sogar schon eine Telefonzelle verlaufen würde. Okay, da kann man nicht rein. Ja gut, das ist natürlich realistisch, dass, äh, wo Häuser verschlossen sind. Aber, ich fände es trotzdem gar nicht so schlecht, wenn man dazu schon sowas wie verschlossen oder so schreiben würde. Und anstelle von gar nichts. Geschichte, Geschichte. Hörst du auch gern Geschichten? Ständig. Welche Geschichte möchtet ihr heute hören, Kinder? Die von dem bösen Troll. Nein, die von der netten Hexe. Hahaha. Aber die habe ich doch schon so oft erzählt. Mh, dann die von dem großen Krieg. Au ja. Die hast du uns lange nicht mehr erzählt. Ja, das stimmt. Setzt euch hin und hört zu. Oh nein, bitte nicht. Es mag etwa 200 lange, lange Jahre her sein, da sich die Heere von Licht und Finsternis bekriegten auf den endlosen Ebenen von Irma. Doch konnte keiner einen Siegerigen, müsst ihr wissen. Denn sobald die eine Seite fällt, würde es auch die andere nicht länger gehen. Und so gingen unzählige tapfe Krieger aus den Feuern hervor und fielen wieder in den zahllosen Äonen des Kampfes stets, Klinge an Klinge, der Schein des Lichtes und der Nebel der Finsternis, bis das Licht von 200 Jahren endgültigen Sieg erangt. Einer der größten Abkömmlinge der Hellenseite blendete seine Feinde, sprang über sie hinüber und er schlug den größten Heerführer der Feinde, dessen Name so er denn einen hatte, und nicht jeder, oh, recht auf jeder, da fehlten E, bei niedergeschrieben, niedergeschrieben und vergessen wurde. Der Krieger des Lichts gründete den Orden und schrieb die Gebote nieder, um ein Zeitalter des Lichts einzuleiten. Das ist, was man sich erzählt und was in dünne Schriften des Osts zu finden ist. Aber Meister, du sagtest, wenn eine Seite geht, geht auch die andere. Wie kann es dein Zeitalter des Lichtes geben, wenn die Dunkelheit fehlt? Das ist die Lüge und die Wahrheit, nicht wahr? Aber es scheint mir, dass dies nicht mehr lange so bleiben wird. Nicht wahr, junger Freund? Erzähl uns noch eine Geschichte. Ja, ja, die vom Donnergott. Hehe, also gut, dann wollen wir mal sehen. Äh, psst, ich will zuhören. Na gut. Oh Mann, um diese echt riesig, die Stadt hier. Weiß ja echt nicht, wo man weiter lang gehen soll. Und verschwinde, wir haben in dieser Fläche schon genug Probleme. Bei Ries gibt es hier einen Abend super leckeres Essen. Tja, wo gehen wir denn als nächstes hin? Da können wir eh nicht hin. Alles klar. Okay. Da ist ja auch noch was. Und das ist eine offizielle Angelegenheit. Verschwindet. Copy-Paste-Soldat. Äh, wir wissen, dass ihr ihn versteckt. Und ich sage euch, dass ich nicht weiß, wovon ihr rede. Ich kenne kein Mann mit diesen Namen. Ihr braucht euch gar nicht rauszureden. Männer, durchsucht die Häuser. Bitte, wir haben doch nichts gemacht. Ähm, Wachen aufhalten. Was ist hier los? Einen einfachen Bürger sind wir keine Rechenschaft schuldig zur Seite. Und ich lasse euch verhaffen. Und was prügele ich dir einfach von euch raus. Ihr wollt einen Staatsmeilen bedrohen? Aber ja. Nicht bedrohen. Verprügeln. Und danach töten, bitte. Ja, ich weiß nicht. Ich bin sehr radikal. Ja, gut. Ja, ja. Ich habe es ja schon, glaube ich, im ersten Mal gesagt. Ich finde es immer so ein bisschen unschön. Wenn das hier quasi so eine... Ja, wenn das vom Grafik-Ziel einfach so komplett anders ist. Also der zum Beispiel so als normale Kampf-Grafik und der hier als Chibi. Also, ja. Ich fände es schön, wenn es einheitlich wäre. Also das beißt ich dann immer so ein bisschen, finde ich. Äh, oh. Äh, komm. Die Rüstung leitet doch bestimmt gut. Ja, okay. Äh, Extase geht nicht, okay. Aber hier, die Flinkschneider. Ja, gehen wir hin. Ähm. Na gut, ich muss ja wohl ein bisschen auf die Extase warten. Ja, halte ich nur. Ja, aber ich muss nur aus. So, jetzt aber. Sehr gut. Dein Ende naht. Wunderbar. Ich liebe es. Cool. Oder 50. Rückzug. Oh, ich habe so noch einen mitgenommen, wie ich gesehen habe. Äh, was soll denn das Ganze? Oh, der hat sich doch wieder von selbst verfreit, der Typ. Äh. Beruht euch aus, solange ihr wollt. Du bist kein Spitze der Wache, oder? Äh, naja, ich habe mich gerade geholfen. Ah. Ah. Der Haus, wo man rein kann. Okay, da kann man nicht durch. Du bist nicht von hier, oder? Ne, ich bin von woanders. Mein Bruder ist gerade nicht da. Ja, nee. Passt total hier rein. Ah, sieht man ein Geheimgang. So auffällig, dass es unerfällig ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann nicht durch die Kabine. Ich wusste es. Na, ein Spiel auf Nutzlos. Äh. Wie hast du uns gefunden? Hier ist nichts. Entspann dich. Ich tue euch nichts. Noch nicht. Mein Tagebuch, bla bla bla. Priester, bla bla bla. Unfall, bla bla bla. Wachen, bla bla bla. Versteckt, bla bla bla. Liebe meines Lebens. Uninteressant. Ja, das stimmt allerdings. Bitte sagt niemand was von diesem Ort. Könnte solch jetzt gleich im, äh, Hauptmann sagen. Diese Leute haben mich versteckt, nachdem der Orden auf mich aufmerksam geworden ist. Das soll nur eine Weile halten. Fast leer. Hm, ob das noch eine höhere Bedeutung hat, der Kamin. So, da können wir noch nicht rein. Hm, bist mein Kitzer. Wer weiß, wer weiß. Mein Vater schafft es, vier Söhne in diesem Zelt aufzuziehen. Jetzt bin ich alleine. Der alte Wachtung wurde schon vor Jahren von den Wachen aufgegeben. Äh, puh. Da waren wir schon, genau. Meldet bitte jedes Verbrechen. Puh, das ist aber echt riesig, die Stadt. Ich, äh, glaube, die ist sogar noch größer als meine Königsstadt. Uh, uh, muss trainieren. Da ist aber jemand. Bist du ein paar meine Kräuter? Ja, sie können jedes Leiden hindern. Zeig mal, was du hast. Äh, das wollte ich hören. Ähm. Ach so, weil hier kann ich aber nichts verkaufen, ne? Gut, das ist noch nicht so toll. Ne, dann erstmal nicht. Okay, da kann man auch nirgendwo hin. Welches drin, nicht mal gewinnen, komme ich mit dem Preisgeld aus diesem Viertel aus. Oh, das ist Karlsruhe vom Dach. Okay, der verzeigte Kampf des Lebens gegen den Verfall, wobei eigentlich ist der Kampf schon verloren. Es ist eher noch ein letztes Aufbäumen. Gut, gut Tag, junger Herr. Und was, was kann ich für euch tun? Nee, nee. Altbier? Wer kommt denn der bezaubernde Nummer zum Altbier? Rate. Was? Oh, ich verstehe. Zumindest einer Fluss. Ja. Äh, ich bin an kein Gespräch interessiert. Ich traue den Mann da drüben, der so allein am Tisch sitzt, nicht wirklich. Ich sitze die ganze Zeit alleine. Der ist mir so spekt. Hey, hey, twinige. Nein, sogar drinige. Nein, warte, es redet sich alles. Hey, Moment, hey. Hey, Higgs, du bist nicht, da müssen wir noch ändern. Prost. Zusammen zu rinken. Nein, schöner Trink, Higgs. Okay, da sind wir ein Zimmer. Hey, ho, bis heute sind wir euch auch. Schön für dich. So, Karlsson vom Dach. Ich werde diese Welt zu einem besseren Ort machen. Indem du auf dem Dach stehst und darunter guckst, okay. Oh, Moment. Ich sehe gerade, hier ist das so ein bisschen abgeschnitten, hier der Kopf. Da, wenn ich dann noch umgucken und so. Aber alles klar, gut zu wissen, wenn man so tot ist oder einfach hier in die Stadt kommt, wenn wir wieder blieb werden. Direkt. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oh ja, da bist du nicht der Einzige. Der braten das Monsterfleisch ganz frisch erlegt. Keine Angst vor Wachen. Hast du keine Angst, dass sich die Wachen erwischen? Ich arbeite hier schon seit Jahren. Glaub mir, in diesem Final kommt selten eine Wache. Und wenn, doch verbreitet sich die Info schneller, als die Wachen laufen können. Hm, Verbot durch Gebote. Ist der Kauf und der Verzehr nicht durch die Gebote untersagt? Die Gebote machen nicht satt. Ge-Bress, dafür nicht diese Tempel. Klöster und Nicht-Tempel. Nur für die Kinder des Lichts. Wer sich nicht zum Orden bekennt, kriegt nur einen Tritt in den Hinter. Und dann können wir auch für uns selbst sorgen. Auch wenn wir uns die Stadt des Glaubens, ist viele in diesem Viertel und mich eingeschlossen, glauben nicht an den Orden. Bei dem Wetter. Selbst bei dem Wetter stehst du eher. Wieso ist so schönes Wetter? Ich kann es mir nicht leisten, einen Tag tätig zu bleiben. Hm, hm, hm. Ach, da geht es ja auch noch auf. Ich frage mich, ob Magnus Azka die Gebote auflockern wird. Das ist bezweiflich. Er soll wohl ein sehr gläubiger Mensch sein. Ach, dieser verdammte Orden. Ich frage mich, ob Markus Azka die Gebote auflockern wird. Das bezweiflich. Er soll wohl ein sehr gläubiger Mensch sein. Oh, das war genau so im Gespräch. Lisa sagt zwar immer, dass wir ja autark leben, aber es ist nun mal so, dass wir viele Sachen nur in der Stadt besorgen können. Wir haben gelernt, uns selbst zu versorgen. Oh, da steht die Tür offen. Puh, klemmt. Klemmt immer noch. Können wir dann da rein? Aha. Ja, das ist natürlich sehr normal, dass da sowas rumläuft. Was haben wir denn da? Nichts spannendes. Was ja, war ich auch für diesen Viertel? Hier kommt die Hilfe zu spät. Äh. Was? Weiß, äh. So, das ist ein... Moment mal. Gehe ich jetzt sozusagen über der Decke oder was? Sieht so aus, ne? Ähm. Das ist gut, dann glaube ich auch für ein Fehler. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das wagen soll, ehrlich gesagt. Ich habe sehr lange nicht gespeichert. Na, da komme ich nochmal später zurück. Das war das Problem. Wenn, dann würde ich jetzt schnell speichern, ausprobieren. Und hier überlegt man sich das in zweimal. Ich habe keine Sorge, ich komme wieder, keine Frage. So. Weil ich schon gar nicht mehr, wo ich war, wo nicht. Habt ihr eine Münze, ja? Also entfernt. Wirklich, danke. Ich mag euch, könnt ihr mein Papa sein. Dank euch kann ich heute essen. Oh, Mann. Ich hoffe, das hat sich wenigstens positiv, was kam ausgewirkt. Hm, ne, du klebst und ich gehe mal davon aus, dass da nichts drin ist, dass es wert ist, wäre sie auszubrechen, wenn ich mich hier so umschaue. Da kann man nichts mehr lesen. Da kann man nichts mehr lesen. Aha, und dann geht es auch unten. Da ist kann ich mir verkaufen. Aber das ist eine Kiste. Oh, wow. Da kann ich auch. Da kann ich auch. Da kann ich auch. Das ist gar nicht mal so wenig. So. So, da wollen wir auch. Lass mir verdrinken. Wollt mal, wie alt bist du denn? Der sieht aus wie zwölf. Ich habe sicher nicht mal eine Flasche für den alten Gustav oder Alkohol geben. Ja, wenn ich Bier hätte, würde ich es selber trinken. Oh, haha, ja, das stimmt. Hm, hm, da waren wir, da waren wir. Okay, das ist so eine Hausruine, okay. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Ähm, tja, fragens, wo komme ich jetzt mal hin? Hä, hey, verziehe ich. Mal, der eine da sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ja, Waffen bitte. Wer war für interessiert? Schlangen durch. Nicht ausrüstbar, nicht ausrüstbar, nicht ausrüstbar. Ja, wozu gibt es denn nicht, eigentlich frage ich mich. Äh, aber was ist mit Rüstungen? Hä? Achso, ich habe es auch für Verkauf gedrückt, ja, ja, okay. Äh, ja, keine Zustandsverdruck wird das bei den beiden ausüben, wie ich sehe, also okay. Das habe ich nie gesehen. Es ist gut, wir gehen jetzt einfach, dass ich gefragt habe. Gut, sonst war ich hier, glaube ich, dann sehe ich die auch schon überall. Erstmal in dem Viertel. Jo. Dann können wir das tatsächlich, glaube ich, erstmal rein, gewissens hätte uns lassen. Genau. Ne, erstmal hierbleiben. Oh, man, das ist ja noch diese Seite hier. Moment. Ey, nein, was? Hä? Geht es sich wieder besser? Oh, toll. Toll. Jetzt, weil ich zu schnell gedrückt habe, jetzt habe ich nicht gelesen, was ich gesagt habe. Verdammt nochmal. Ausgerechnet, das war jetzt ein wichtiger NPC. Verzeihung, aber ich habe geschlossen. Wie? Warum denn das? Die magische Ströme in Laionis werden durcheinander gebracht. Ich kann so keine Zauberbücher schreiben. Hm, kann ich helfen? Okay, aber jetzt ist der große Tarik hier. Ich werde das schon regeln. Du kleiner, süßer Bengel, bist aber ziemlich selten, wo ist denn das schön? Die Auslänge scheinen von unter der Erde zu kommen. Ich bin mir aber nicht sicher, von wo. Schaut euch mal um, vielleicht findet ihr ja wirklich was. Wie haben wir mit der Bezahlung? Nun, ich bin Söldner, Söldner, bin gerne bezahlt. Wie wäre es mit einem Kuss? Äh. Ich könnte nur ein kostenloses Buch für meinen kleinen Retter in der Not anbieten, sobald ich wieder schreiben kann. Nicht nur Mikos. Äh, ja, besser als nichts. Passt auf mich auf. Na, meine Hände habt ihr etwas herausgefunden? Nicht wirklich. So lange die Störungen weiter, dann kann ich nicht arbeiten. So eine Auffallerausrede. Äh, was? Ich fühle mich leicht beobachtet. Keine Ahnung, wie schwach das ist. Oder ob es eine Sprache ist. Es könnte auch irgendeinmales Gekritzel sein. Das magische Gekritzel, was du meinst, sind Magiekreise oder Runen. Was der Unterschied? Mit den einen werfe ich dir mächtige magische Blitze entgegen, mit den anderen werfe ich dir noch in 100 Jahren Blitz hinterher. Die sind verschlossen. Diverse Rezeptanleitungen, kein Schimmer, was jeder macht. Bücher über das Veredeln verschiedenster Gegenstände. Äh, ja, okay. So, wie kann man denn hier noch rein? Nö. Aber hier um die Hecke kann man herum. Ja, gut. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, da die Stadt ja noch sehr groß ist, dann werden wir uns im nächsten Parten umsehen. Dann werden wir erst mal zur Karte gehen und dann von da aus, ähm, quasi wieder, äh, na. Nach Neu-Trippel. Oh, verzeihung, wir müssen kurz durch. Hm. Okay, interessant. Hier wird aktivieren. So, voll geheilt, speichern und dann, äh, ja, dann werden wir uns das nächste Mal wahrscheinlich dann, äh, wieder in der, äh, Stadt weiter rumsehen. Genau. Aber, bis es dann soweit ist, würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Berndbruder. Bis zum nächsten Mal.